Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Rena und hier ist die Weekend Oracle. Ich habe jetzt das gerade gelegt und ich denke, ich denke, alles was hier schon fängt von ersten Crowley Karten, die Energie, die Veränderungen, Wechsel, Veränderungen auf positive Art und Weise. Die Veränderungen nach dieser Karte immer sind positiv. So wie aussieht, bei manchen Menschen abspielt sich im materiellen Bereich. Finanzen, Arbeit öffnen sich neue. Ich hoffe, ihr hört nicht irgendwie jemand etwas arbeitet mit ich habe schon ferns dazu gemacht. Veränderungen öffnen sich, öffnen sich sowie neue Möglichkeiten, neue Horizonten, neue Wege im materiellen, finanziellen Bereich. Kann sein, das ist Familie, weil ich sehe hier auch als Bonuskarte eine auch. Plus hier, wenn du eine Frau bist, sowie aussieht, verändere dich, dein Style sowie aussieht. Wie kann man hier noch leichter diese Veränderungen auf sich kommen zu lassen, die Gedanken loszulassen, freier Lauf, so wie diese Königin macht das. Einfach Haare nicht offen tragen, aber hier symbolisch Haare wie Gedanken. Freie, so wie du dir denkst, weil hier überall, du wirst lachen, aber hier überall Schmetterlinge. Alle drei Karten zeigen Schmetterling ist hier, Schmetterling ist hier und hier sind sogar mehrere Schmetterlinge. Und Veränderungen, ihr wisst schon, dass Veränderungen sind immer mit Schmetterling verbunden ist. Raupe, Schmetterling, hier ist Hund, so und das ist schnelle Veränderungen. Bei manchen, wenn finanzielle, materielle, wird sich nicht so schnell verändern, aber das ist schon für die Zukunft, genau diese Wochenende so. Und hier Rat für dich, beeile dich nicht. Betrachte dich, Situation und diese Veränderungen. Spüre das wie, wie soll ich sagen, wie wir alle sind eins. Wie zusammen, dass wir verbunden miteinander sind. Wir kommen von einem kosmischen Baum, weil hier ist kosmischer Baum und hier ist Kette und ein Gürtel indianisch, weil das ist irgendwie indianischer Orakel, indianer Orakel. Und das ist ganz neu für mich, dieser Orakel, aber mir gefällt das. Mach irgendwie als Talisman für dich. Dass du diese Veränderungen vielleicht leichter durchkommen, durchbringst, dass du überlebst das leichter. Aber so wie es aussieht, vor allem für Frauen wird das sehr leicht. Vielleicht für Männer nicht so, aber noch Bonus, sei fleißig. Bonus dieses Wochenende, sei fleißig. Hab keine Angst, ist egal welche Arbeit. Ob das in Beziehung oder bei der Arbeit. Einfach fleißig sein. Sehr schöne Karte. Die Bonus ist, dass wir alle miteinander verbunden sind. Wir kommen alle von einer Zelle. Wir kommen alle von einem Stamm. Wir sind alle gleich, alle miteinander. Tiere, Flora, Fauna und auch die Wie heißt das? Die ganze Welt. Die ganze Welt ist miteinander verbunden. Wir sind alle gleich. Wir sind eine Familie. Wie ein ganz großer kosmischer Baum. Wir kommen alle da raus. So. Macht das leicht. Macht das locker. Und ja, wir sehen uns schon beim nächsten Video. Ich versuche es vielleicht wirklich Tagesbotschaft zu machen. Mal schauen, ob ich schaffe das. Alles Gute, meine Lieben. Alles Liebe. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ich werde die Videos kurz, aber ich hoffe, die Videos kurz, aber ich hoffe, die Information, das ist kollektive Information. Wer nicht findet hier sich in dieser Legung, schaut ihr Tagesbotschaft. Geht auch. So. Alles Gute, alles Liebe, meine Lieben. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss, Papa.